hallo und herzlich willkommen ich bin Alpernex und ich begrüße euch zu Star Wars Autopublic und wir machen weiter mit unserem Jedi gelehrten wir müssen zum axialpark das heißt also wir müssen uns auch mit dem Transporter fortbewegen das heißt wir teleporten uns da mal hin und los geht's eben flott hier hoch das war daneben da ist der axialpark jetzt gibt er richtig Speedwach boah wie weit ist denn der Weg ah da jetzt müssen wir gleich ankommen und da muss man den eigentlich noch aktivieren eigentlich nicht mehr oder so ist ja gar nicht so weit diesmal kann ich bestimmt hier durchfahren oder oder auch nicht man wo ist Nadja ich habe meine Gefährtin verloren heil mich schon ok so ich muss jetzt mal ein bisschen die Augen aufhalten dass ich nicht jedes mal in die Gegnergruppen rein fahr da steht was mein Gott schieß doch mal auf die immer weiter immer weiter immer weiter immer weiter wo seid ihr alle da geht's rein da ist die Versammlung so ihr habt es geschafft hatte die Republik irgendwelche Informationen über Wächterhort 4 schlechte Nachrichten Wächterhort 4 ist noch schlimmer als der davor macht euch auf etwas gefasst Wächterhort 4 war einst ein Herrenhaus der Bagualenfamilie jetzt strotzt es nur so vor Verteidigungen Geschützer Kraftfelder aber nachdem jemand internes Wächterhort 4 verraten hat beschützt das nun alles den Feind wenn der Verräter ein weiteres Kind des Imperators ist kann er uns vielleicht etwas über den Erstgeborenen sagen wenn wir ihn gefangen nehmen die Republik hat uns Informationen über die Verteidigungen von Wächterhort 4 besorgt sie sind gewaltig erstens hat der Hort ein Warnsystem Sensoren im ganzen Park melden sich nähernde Feinde dann beschützt ein Kraftfeld den Innenhof und anschließend folgt die Haupttür aus Durastal verriegelt durch ein komplettes Sicherheitssystem wir müssen also die Sensoren erledigen das Kraftfeld ausschalten und die Haupttür entriegeln dieses Kraftfeld ist ein Problem ich weiß nicht wie wir daran vorbeikommen sollen zerstört die Sensoren ledig die Imperialen werden das Kraftfeld ausschalten um nachzuschauen ein Überraschungsangriff könnte unsere Armeen dann am Kraftfeld vorbeibringen also brauchen wir ein Einsatzteam das die Imperialen aus dem Hinterhalt angreift nachdem das Kraftfeld unten ist Team Rot Team Rot muss stark sein die Imperialen werden hart kämpfen die Vos Kommando Soldaten wären ideal als Team Rot geeignet sie werden gut kämpfen bleibt nur noch die Haupttür wenn das Kraftfeld ausgeschaltet ist können wir die Energie Generatoren erreichen wir schalten sie aus und die Tür öffnet sich wir sollten ein weiteres Team damit beauftragen die Generatoren auszuschalten Team Blau eine sehr kleine Gruppe würde ausreichen eure Droiden können die Sicherheitsvorkehrungen ausschalten wir können ein paar erübrigen die Teams werden euch brauchen Team Blau braucht Rückendeckung Team Rot braucht Unterstützung im Kampf wir haben einen Plan sobald ihr die Sensoren zerstört habt geht zu Wächterhaut 4 um eurem Team zu helfen seid ihr bereit? das bin ich und möge die Macht mit uns sein wir haben einen Plan aber den ziehen wir jetzt knallhart durch wahrscheinlich ist das wieder ewig weit weg ne ja es geht ja die Wege hier sind ziemlich krass also ich finde Korea mit die längsten Wege überhaupt also ich sag mal so früher als als ich angefangen habe der erste Planet der mich so richtig abgefuckt hat war Narschadar ne Narschadar nicht äh Tatooine Tatooine weil der hatte so krass lange Wege weil das war noch die Zeit als man noch jede Nebenquest mitgenommen hat und alles mögliche als man wirklich so ein Planet 100% eigentlich versucht hat fertig zu machen und das war hart also da waren tierisch lange Wege tierisch lange Fahrtwege viel Warterei war dabei auch und ja aber das hat sich alles so ziemlich erledigt heute weil man reicht es reicht den meisten eigentlich nur noch die Storyline und da hat sich das Spiel ja auch mittlerweile so ziemlich drauf ausgelegt dass man eigentlich nur noch die Storyline fertig machen muss früher musste man die Nebenquests machen zumindest ein paar damit man immer auf dem Level auf dem guten Level ist um weiter zu kommen und heute eigentlich durch die Storyline ist man eigentlich immer auf dem guten Level so dass man äh überall gut vorankommt ich muss mir mal kurz alles reinpfeifen hier einmal kurz alles fresh machen ich finde das ein bisschen schade muss ich ganz ehrlich sagen weil so die Sidequests die Leute haben es halt programmiert die haben sich halt Mühe dabei gegeben und heute macht sie kaum noch jemand ich hab's ja am Anfang auch noch als ich mit dem Let's Play angefangen habe habe ich ja auch noch viele mitgemacht und so aber ja es ist einfach nicht erforderlich sie heute noch zu machen zu müssen und es ist halt ein gehöriger Zeitaufwand weil die Sidequests nehmen wirklich eine ganze Menge Zeit in Anspruch so das war Sensor 1 fünf Stück brauchen wir wo ist der nächste da ich hab echt gedacht hier kommt irgendwie jetzt noch welche okay ich schmeiß mit Steine ich schmeiß mit Steine so tot Nummer 2 da ist Nummer 3 da ist Nummer 3 zack zack irgendwo hier noch einer irgendwo hier noch einer irgendwo hier noch einer mal von hier oben gucken mal von hier oben gucken gibt's auch gar nicht wo ist denn der nächste schon ok nehmen wir das mal mit oh oh Wo sind die denn alle? Ah, da ist auf jeden Fall wieder einer da. Nehmen wir den halt wieder. Und den dann vorne. Der müsste jetzt auch wieder da sein. So. Da unten. Jetzt haben wir alle fünf. Alles gut. Da geradeaus müsste es sein. Jetzt müssen wir da eigentlich auf unsere Truppen mitstoßen. Cool wäre das jetzt so gewesen, wenn wir da jetzt unsere Truppen auch schon gesehen hätten. Ah, guck, hier ist das Foskommando. Jetzt erstmal langsam. Drei von fünfzehn. Okay. 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 Da ist auch noch einer drauf. Du denkst du bist gut geschützt, aber... Okay. 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 Thanks. Okay. Okay. So, komm, dann geh auch hops. So, dann jetzt mal schnell rein. Obwohl einer der euren uns hier willkommen geheißen hat, wir sind die imperiale Garde, die Auserwählten des Imperators. Wir leben und sterben, wie er es befiehlt. Sein Erstgeborener wird unseren Sieg sichern. Ich sehe eure Schwächen, Jedi, und wie ihr zu zerschmettern seid. Ein wahrer Jedi versteht es sich zu biegen, sodass er niemals bricht. Leere Worte sind kein Schutz gegen uns. Ihr werdet die ehrwürdige Tochter nie erreichen. Einer nach dem anderen werden eure republikanischen Verbündeten sich abwenden. Es ist vorbei, Jedi. Denkste, wa? So, jetzt machen wir mal ein bisschen Mürbe. Und tot. Keine Chance, Herr Penner. So, ab rein hier. Jetzt räumen wir mal richtig auf. Jetzt erst mal langsam. Oh, wir müssen uns hier ganz schön den Weg freikämpfen. Oh, wir müssen uns hier ganz schön den Weg machen. Bevor der gleich sich in den Kampf mit einmischt. So, da ist schon wieder eine imperiale Wache. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hätte mir jetzt die imperialen Wachen schwieriger vorgestellt. Also, es ist recht da, die zwei Level über mir sind. Aber die geben verdammt gut Erfahrungspunkte. Aber, General, das ist eine Gelegenheit, mit dem Barsentor persönlich zu sprechen. Ihr wurdet tatsächlich vom Erstgeborenen selbst unterrichtet. Mein Mentor war Meister Siobar Khan, ein Jedi-Meister und Vertreter des Guten. Und euer Erstgeborene hatte nichts damit zu tun. Man muss neue Loyalitäten akzeptieren, so wie sie sich ergeben. Seht mich an. Ich war ein unbedeutender Corporal der Republik, bis die Stimme des Imperators mich rief. Ich wurde wiedergeboren. Wächterhot 4 kam mir im Gegenzug wie ein mickriges Geschenk vor. Wenn ihr wirklich lernen wollt, steht euch der Weg eines Jedi offen. Ihr verlangt, dass ich meine neue Familie verrate? Oh, ich weiß, was meinem Bruder gefallen würde. Euch gedemütigt zu sehen. Ich könnte noch so viel von euch lernen. Besonders, wenn ich euch am Leben lasse. Jetzt kriegst du aufs Maul, Weib. Ich bin bei euch. Oh, Todesfeld. So, was sagst du jetzt? Sprechen wir über die Bedingungen, meine Herren. Position gesichert. Vertrauenswürdige Wachen ausgewählt. Sicherheitsnetz wird repariert. Die Imperiale Garde kehrt bald zurück. Noch einen Ansturm überlebt ihr nicht. Wir müssen diese Position nur halten, bis wir den Erstgeborenen gefunden haben. Wir werden uns der Vernunft beugen, Jedi. Was tut ihr? Marion, er hat gerade Imperiale Wachen und ein Kind des Imperators vernichtet. Denkt nach. Wir kennen den Aufenthaltsort des Erstgeborenen nicht. Aber es gibt einen Regierungsbunker unter dem Kapitolplatz, von dem aus wir unsere Befehle erhalten haben. Die Republik nennt ihn Wächter Hort 1. Dafür werden die Sith euch umbringen. Nachdem die Corellianische Regierung ihr Volk verraten hat, werden sie sich um die Folgen eines republikanischen Sieges sorgen. Da zwei Wächterhorte bereits eingenommen wurden, werden sich Corellias Offizielle in Wächterhort 1 verstecken. Der Erstgeborene ist wahrscheinlich bei Ihnen. Wir sollten uns die Lage am Kapitolplatz ansehen. Ein Kommandosoldat wird sich umsehen. Noch eine Leiche auf eurem Gewissen. Wirklich tragisch. Sowohl Dareishas Tod, als auch euer Versammel. Ein Wahre, die Meister, hätte sie zur hellen Seite zurückgeführt. Der Erstgeborene spricht nicht für euch, Meister. Euer Verstand gehört euch. Gebraucht ihn. Ihr macht dem Jedi alle Ehre. Ihr müsst kämpfen. Und ich... Ich... Werde... Still. Es warten noch Dutzende meiner Brüder und Schwestern. Selbst der Pfeil des besten Jägers trifft nur ein Ziel. Ihr geht eurem Tod entgegen. Ihr dringt zu ihm durch, Jedi. Egal was für ein Unsinn der Erstgeborene erzählt. Überlasst diese Generäle der Republik. Wir müssen uns um Wächterhort 1 kümmern. Okidoki, das war's heute mit der Folge. Eine etwas längere Folge als sonst. Ich sag mal, in der nächsten Folge geht's weiter. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und denkt dran, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und vergesst die Comments nicht. Und ich sag bis dahin. Ciao. Ich sag mal. Ich sag mal. Und ich sag mal. Bis zum nächsten Mal.